So Freunde, mit dem nächsten Song wollen wir euch beweisen, dass Duab-Musik nicht immer schnell sein muss. Sie kann auch romantisch sein. Und bevor wir den Song aus der Feder, aus dem Arrangement der Bermans für euch singen, möchten wir euch noch einladen, denn die Band hier, den ganzen Abend hier auf der Bühne, sehen wir dieses Jahr 25 Jahre. Und das feiern wir mit einer Sondershow. Und mit der kommen wir auch nach Berlin am 4. November in den Admiralspalast. Und wir laden euch recht herzlich ein, dabei zu sein. Und in diesem Abend kommen wir mit Verstärkung. Wir haben uns noch jede Menge Musiker dazu geholt, zu einem Orchester. Und das Ganze nennt sich The Firebird, zu Rockestra. Und das spielen wir im Admiralspalast. Alles, was uns so bewegt, hatten wir in den letzten 25 Jahren. Ihr seid also eingeladen zu diesem Jubiläum. Diese Show könnt ihr nur quasi im Rahmen dieser kleinen Tournee sehen. Und wir würden uns freuen, wenn viele von euch dabei sind. Aber jetzt zurück zu dem Song, den ich gerade schon angekündigt habe. Ein wunderbarer Song von den Bermans. Und in sich, den zwei, die Sonne.